Das Tolle an der Arbeit in einem Betrieb? Natürlich die Menschen und was sie gemeinsam leisten können. Sie sind für den Erfolg jedes Unternehmens von zentraler Bedeutung. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es auch in Ihrem Betrieb Mitarbeitende gibt, die Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben, Rechnen und im Umgang mit Computertechnologien haben. Das ist normal. Unkomplizierte, betriebsinterne Angebote können Ihre Mitarbeitenden und Ihren Betrieb weiterbringen? Denn wer von mangelnden Grundkompetenzen betroffen ist, muss täglich Herausforderungen wie Hürden überwinden. Fehler und Nachteile für Ihren Betrieb sind oftmals die Folge. Deshalb haben sich Bund, Kantone und Verbände gemeinsam zur Aufgabe gemacht, Grundkompetenzen zu fördern. Unter anderem auch mit maßgeschneiderten Betriebskursen. Die Vorteile für Ihren Betrieb sind ganz klar. Mit einem entsprechenden Kursangebot, das auf Ihren Betrieb zugeschnitten ist, befähigen Sie Ihre Mitarbeitenden zu wachsen und immer komplexere Aufgaben zu meistern. Sie wirken dem Fachkräftemangel entgegen und fördern die betriebliche Integration. Und nicht zuletzt beugen Sie mit fähigen Mitarbeitenden Fehlern und Unfällen vor, steigern die Qualität Ihrer Leistungen und damit die Effizienz. Mitarbeitende werden motivierter und identifizieren sich stärker mit Ihrem Unternehmen und Absenzen und Fluktuation werden reduziert. Eine Investition in Grundkompetenzen bedeutet also eine Investition in den Erfolg Ihres Unternehmens und die gesamte Volkswirtschaft. Unterstützen Sie Ihre Mitarbeitenden im Bereich Grundkompetenzen und lassen Sie sich über das Kursangebot beraten. Denn mit Grundkompetenzen fördern Sie nicht nur den Erfolg und das Wachstum Ihres Betriebs, sondern sorgen auch für zufriedene Mitarbeiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017